Ich bin jetzt zu Fuß hier nach Malle gelaufen. Ich stehe jetzt hier vor dem Anwesen von Martin Semmelrogge. Ich gehe jetzt mal rein, klopfe mal auf doof und gucke, ob der Martin zu Hause ist. Jetzt sage ich dir mal Bescheid. Sag mal, bist du wahnsinnig, mich hier am helllichten Tag aus dem Bett zu klingeln? Nee, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Angebot, das ich nicht ablehnen kann? Das kann man ja nicht mal in Malle in Brando machen. Du darfst als Gast in meine Show kommen. Was denn für eine Show? Ja, die Kreisritzeshow. Was für eine scheiß Kritzeshow? Ja, genau, die scheiß Kritzeshow. Ey, das ist cooler als Hans Meiser. Böser Traum ist das hier. Das ist eine Fernsehsendung, die nicht im Fernsehen läuft. Komm, peace up. Wir sehen uns morgen. Versuch's morgen nochmal. Alles klar, ich leg mich hier unten ab, ich penne hier unten. Ja, tu das. Oh, Mann. Der Typ da von der scheiß Kreisritzeshow. Und was möchte der? Hat er mich immer schon so angeguckt. Ja, was weiß ich. Der will wahrscheinlich, dass ich da mitmache. Der schütte ihm das Katzenklo über den Kopf. Ja, das kann ich machen. Ja, aber jetzt ist er weg, oder? Ich glaube nicht. Der hat sich da unten an die Tür gelegt. Willst du jetzt da vorbei? Willst du doch Wasser holen? Was können wir jetzt machen? Was weiß ich? Vergleit dich doch. Ja, hol mir mal irgendwas. Was sieht der Art der Brücke? Er sieht ja dann, was du das bist, oder? Ja, warte. Schau mal, was ich hier habe. Der Blitze, das checkt er sofort. Gib her. Ach, das ist schon schick. Ach, ist das schick. Weil das sieht ja noch total nach dir aus. Der ist von Hans Meiser. Was? Von Hans Meiser? Ja, ja. Sieht aus wie ein alter Vogelscheuch. Lass mich raus. So, Leute, die habe ich jetzt gut abgehängt. Also auf keinen Fall, auf gar keinen Fall Kreis Ritzeshow einschalten. Auf gar keinen Fall. In der Kreis Ritzeshow. Knock, knock, knock on Slammer's door. Knock, knock, knocking on Slammer's door. Kreis Ritzeshow.